Willkommen bei einem weiteren Tutorials zu Crusader Kings 3. Ihr habt euch mehr gewünscht, also kriegt ihr auch mehr. Und ich möchte natürlich hinweisen, wenn ihr das andere Video nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Ich habe auch zu Civilization eine andere Strategie, spielt alles auf meinem Kanal. Guckt einfach mal, guckt euch sonst die What's an auf meinem Zweitkanal oder kommt bei OmniLP bei Twitch vorbei. Aber quatschen wir nicht lange drumherum, sondern gehen direkt mal zum nächsten Thema über. Und zwar die Mischkulturen und das sogenannte Hopping, wie ich es jetzt einfach mal bezeichnet habe. Dazu habe ich mal das Beispiel geladen, was ich tatsächlich per Twitch gespielt habe. Hier habe ich zwei Herzogtümer eingenommen, mehr nicht. Also mehr wird es auch nicht geben in diesem Spiel. Und ihr seht oben meine Truppenanzahl und vor allen Dingen seht ihr hier die Katapfrakten als eine Armee-Typ. Und es geht tatsächlich darum, wie kann man das erreichen. Ich hatte ja schon mal in einem Tutorial gesagt, dass die Kulturen eben immer etwas besonders aufweisen. Nämlich eben bei Traditionen regionale Trades. Und zum Beispiel seht ihr jetzt bei mir byzantinische Traditionen. Das heißt, ich habe tatsächlich meine Wucht zu der Traditionen geändert und deswegen kann ich auch andere regionale Trades mit reinnehmen. Und manche sind nicht mal regional, sondern sind ausschließlich für diese eine Kultur vorhanden. Erstmal grundlegend, was ist eigentlich eine Mischkultur? Warum ist es so wichtig? Mischkulturen sind relativ easy zu machen und sind auch günstiger als das, was ich euch im ersten Tutorial gezeigt habe. Deswegen könnt ihr damit auch noch einen Vorteil gewinnen. Und da könnt ihr jegliche Kultur einfach mal anklicken, zum Beispiel hier, so ninkisch. Dann seht ihr neben immer eine 46%ige Chance. Das ist die Akzeptanz, die diese Kultur aufweist gegenüber eurer Kultur. Und ihr müsst um eine Mischkultur, hier seht ihr es unten schon zu finden, eine Akzeptanz von 40% aufweisen. Dann könnt ihr einfach hier auf Mischkultur drücken und habt dann ganz viele tolle Sachen und Möglichkeiten. Und ihr seht, wie verfluchgünstig das ist. Also wirklich tausend Prestige. Und könnt euch dann nämlich die Tradition, ihr seht, ihr habt alle zur Verfügung. Alle, die in allen beiden Kulturen drin sind, könnt ihr dann sammeln. Ich denke, das ist für viele schon bekannt. Ich will es auf jeden Fall trotzdem herausheben, weil es eben sehr wichtig ist. Es ist sehr viel günstiger als eine eigene Kultur zu schaffen. Es fordert eben ein bisschen Arbeit, weil man die Kulturakzeptanz steigern muss. So eine Mischkultur ergänzt eben super das, was ich im ersten Video gesagt habe. Wir wollen ja eine frische Kultur haben, damit wir möglichst unsere Forschung voranbringen können, um eben schneller voranzukommen und möglichst auch die ganze Welt zu übertreffen von Forschung her. Damit wir eben solche Truppen auch mit zwei Herzogtümern tatsächlich innerhalb von 200 Jahren auch kreieren können. Und das ist eben deswegen möglich, weil die Mischkultur noch einige Vorteile hat. Allerdings müssen wir jetzt schon mal direkt das Kaviat sagen. Denn wir haben nicht den Vorteil, dass wir sowas wie Fleißig oder Gartenbauer überall haben. Gartenbauer zum Beispiel findet man im persischen Bereich so gut wie nirgendwo anders. Fleißig findet man in verschiedenen Bereichen aber dann so gut wie nirgendwo anders. Das heißt, die Mischkulturen sind da meistens nicht so stark. Warum Mischkulturen aber schon mal einen riesigen Vorteil bringen und weswegen man auf jeden Fall dieses Hopping, was ich nachher erklären muss, durchaus machen sollte, ist eben, dass ihr auch die Forschung kriegt, die ihr selber noch nicht besitzt. Jetzt sind wir bei der so inkiischen Kultur da leider nicht so dran. Ich bin hier in diesem Spiel auch so weit, dass ich forschungstechnisch überall weiter bin. Aber hätten wir eben eine Forschung, sagen wir mal, wir wären nur im Stammes im Poche, hätten 16 von 23 und diese Kultur hätte jetzt 10 von 17 und wir haben 0 davon. Wenn wir dann eine Mischkultur bilden mit dieser Kultur, kriegen wir tatsächlich alle, es gibt keinen Abzug, nichts, alle Innovationen, also alle Forschungen, denkst du jetzt einfach mal komplett mit. Weswegen das extrem mächtig ist, gerade wenn ihr als Stamm anfangt, gerade euch feudalisiert habt und dann Island Hopping betreibt oder generell auch Regionshopping betreibt, um eben möglichst viele Innovationen, Forschung mitzunehmen. Natürlich könnt ihr eben auch den Ethos hier wechseln zu der anderen Kultur, das ist auch klar, ist eher ein nettes Nebending. Deswegen Herkunft ist manchmal wichtig für Achievements zum Beispiel oder gewisse, ja ich sag mal, regionale Kulturtraditionen oder irgendwelche Sachen wie das Intermezzo in Persien oder dieses Zwischenspiel in Spanien. Das sind die zwei Sachen, die dazukommen. Ästhetik könnt ihr auch ändern. Ja, wo wir das erstmal aus dem Fuß haben, können wir jetzt mal richtig reinsteigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Karte gucken, was haben wir gemacht? Ich hab zwar hier mit nur zwei Herzogstümer gespielt, aber natürlich hab ich mir die Option gelassen zu hoppen. Und zwar macht ihr das folgendermaßen, ihr habt nämlich eine diplomatische Reichweite, das heißt, ich könnte jetzt von hier aus zum Beispiel hier vielleicht noch die Sahara erreichen, vielleicht wenn es hochkommt noch Islid, das war's. Das heißt, ich habe einfach den folgenden Move gemacht, dass ich hier dieses Gebiet eingenommen habe, Janett, nicht weil ich unbedingt Kanurisch haben will, ja die haben nichts was Besonderes ist, sondern eher sehr schlechte Sachen, sondern weil ich einfach das Gebiet haben will, um die diplomatische Reichweite zu erhöhen. Das ist schon mal das erste Punkt beim Hopping, das heißt, ihr fangt an irgendwelche Gelände einzunehmen, nur um eure diplomatische Reichweite zu erhöhen und eben Kontakt zu Kulturen zu haben, die ihr unbedingt für diese Mischkulturen haben wollt. Und dann bin ich logische Konsequenz auf Kreta gegangen. Kreta ist immer eines der allerbesten Dinge, um zu hoppen, weil es eben einen sehr einfachen Gegner bietet, der meistens, also Hafsid ist das, meistens unabhängig ist. Ja, mal Bündnisse hat schon, das kann schon manchmal ärgerlich sein. Andere wären noch Sardinien, was sich anbietet, was hier zum Beispiel Franzien eingenommen wurde. Allerdings muss ich sagen, und das ist jetzt nicht böse gemeint für alle, die aus Sardinien kommen, die Kultur Sardinisch ist extrem schlecht, hat kaum gute Attribute und generell ist es nicht so fruchtbar wie diese Kultur hier. Denn diese Kultur in Shandak zum Beispiel hat griechische Kultur. Und die griechische Kultur, die zeige ich jetzt einfach mal als ein Beispiel. Es gibt ganz viele, wir gehen gleich auch ein paar spezielle Sachen durch, als ein Beispiel für eine Kultur, die extrem stark ist. Nummer eins, was ist der Vorteil dieser Kultur? Eben das, was ich eben erklärte. Wir haben sehr viele Innovationen, gerade wenn ihr am Anfang seid und noch formalisiert seid, sehr viele Innovationen, die Griechen haben, die ihr nicht haben werdet. Das heißt, wenn ihr es schnell schafft, die Kulturakzeptanz hoch zu pushen, was ihr übrigens, das habe ich auch noch vergessen, mit eurem Ratsverwalter wieder mal schaffen könnt, hier könnt ihr auf Kulturakzeptanz fördern gehen, einfach hinsetzen und dann wird die Kulturakzeptanz hochgesetzt. Außerdem könnt ihr Ehen schließen, Herrscher, also Vasallen einsetzen, die dieser Kultur folgen und so weiter und so fort. Sowas erhöht alles, diese Akzeptanz ist je nachdem auch manchmal sehr mühselig, fällt mir auch manchmal schwer, sage ich ganz ehrlich, aber ist eben so das Einzige, wie man es machen kann. Geht aber generell ganz okay, ihr müsst aber schon mit 20, 30, 40, 50 Jahren rechnen, bis diese Akzeptanz wirklich vorhanden ist. Da muss man also auch ein bisschen Geduld haben. Dann kriegen wir auf jeden Fall die ganze Innovation, die eben Griechen Griechisch hätten. Gehen wir, wie gesagt, davon aus, wir hätten nur die Stammesepoche, würden wir alle Forschungen dann eben dazukriegen. Das wäre Nummer eins. Da bietet sich Griechenland sehr gut an. Da bietet sich sowas wie Maschirikisch noch sehr gut an, was sich meistens in Nordafrika oben befindet und am Anfang auch recht schwach sein kann. Maschirikisch ist auch immer Maschirikisch. Ne, Maghribinisch ist das. Und Maschirikisch auch, beide halt tatsächlich. Maschirikisch ist hier. Und Maghribinisch können wir auch benutzen, um eben dieses Hopping zu betreiben und eine extrem starke technologische Kultur zu bekommen. Und das wäre schon mal einer der Punkte, den man auf jeden Fall folgen sollte, wenn man Stammes technisch irgendwo spielt. Man sollte immer Mischkulturen bilden. Aber es ist ja nicht mal der Hauptpunkt. Es gibt natürlich noch weitere Punkte. Denn diese Mühe machen wir uns jetzt nicht, von hier einmal nach hier und einmal nach hier oben zu springen, nur um diese Forschung zu kriegen. Auch wenn die Forschungen natürlich extrem mächtig sind, weil ihr sonst teilweise 50, 60 Jahre Forschung betreiben müsst, die ihr einfach skippen könnt. Sondern wir machen es auch noch wegen der Kulturtradition. Wir sehen nämlich zum Beispiel diese byzantinische Tradition, auch in griechisch verankert. Die könnten wir, weil wir jetzt selber griechische Wurzeln haben, auch selber einsetzen. Ihr seht aber etwas wie oströmisches Erbe. Das zum Beispiel könnt ihr nicht einsetzen als regionalen Trade. Diesen Trade findet ihr nur bei bestimmten Kulturen. Zum Beispiel griechisch, armenisch müsste es noch sein. Und dann war es das, glaube ich, schon fast. Und dieses oströmische Erbe ist halt ein extrem starkes Traditionsgut, das ihr erwerben könnt. Denn, ihr seht es oben, kann Katafrakten als Kriegsvolk einsetzen. Das heißt, wenn ihr hingeht mit diesem Hopping, also euch schön die diplomatische Weichwerte erhöht, und dann eben dieses eine Gebiet, das kann der absolute Schmutz sein, dann kontrolliert, könnt ihr durch diese Muschkultur diese Tradition mit übernehmen. Wenn ich das jetzt nehmen würde, könnte ich tatsächlich oströmisches Erbe nehmen. Nur dann. Ich kann das auch nicht mehr ersetzen. Also wenn ich es wegschmeiße, ist es eigentlich auch weg. Ja, außer wenn jemand korrigiert mich da, ist es dann weg. Und ihr könnt es auch nicht mehr benutzen, nicht mehr herstellen. Dieses oströmische Erbe kriegt ihr nur durch diese ganz speziellen Kulturen. Und das zieht sich eben durch ganz Crusader Kings 3 und ist ein essentieller Schritt, weswegen dieses Hopping so entscheidend ist. Ihr könnt das halt mit allen Fraktionen, allen Regionen und so weiter machen. Das Spiel ist da ganz systematisch dran. Einmal gucken, scannt mal die ganze Karte. Was gefällt mir? Was finde ich einen coolen Trade? Was könnte ich gebrauchen? Und macht dementsprechend dieses Gelände Hopping, um eben zu diesen verschiedenen Traditionen zu kommen. Und am besten sind eben so Traditionen, die ein extrem starkes Kriegsvolk geben, wie eben hier die Katafrakten. Anderes Beispiel wären wir wieder dieses Mashrikisch oder Maghribinisch. Da kriegen wir die Mubarizun. Eben auch hier seht ihr ein spezielles Kriegsvolk, das auch sehr stark ist und starke Werte hat, auch sich selber kontern kann. Und ihr könnt ja gut Wüsten und Trockengebiete fördern. Wenn ihr sowas habt, könnt ihr das auch eben nutzen. Was eben einen massiven Vorteil darstellt. Es gibt da noch sowas sehr starkes, das habe ich ja auch schon mal letztens angedeutet, in Georgien. Georgisch gibt es nur hier. Und auch diese Fähigkeit, kaukasische Wölfe, gibt es nur in diesem Gebiet, nirgendwo anders. Die Munaspa kann man da holen, die sind sogar noch stärker als die Katafrakten, sind sogar noch gut in Hügeln und Bergen. Und so können wir direkt hier weitergehen. Alanisch zum Beispiel hat Pferdefürsten. Nur die Pferdefürstenkulturen, also da gibt es einige wohl, Shazarisch ist zum Beispiel auch noch ein Beispiel, da kriegt ihr die Reiterschützen. Die kriegt ihr nirgendwo anders. Die könnt ihr nicht irgendwie herholen, diese Reiterschützen. Die könnt ihr nur damit machen. Und ihr kriegt auch noch alle anderen Effekte, die hier unten stehen. Mehr Bewegung, schnellere Bewegung, besseres Reisetempo, Reisesicherheit. Also extrem starke Fähigkeiten. Und das könnt ihr nur durch diese Mischkultur eben schaffen. Nehmen wir uns also konkret mal das Beispiel Shazarisch. Da wären jetzt zum Beispiel Pferdefürsten drin. Alanisch kann ich nicht nehmen, weil das auch eine griechische Herkunft hat. Aber Shazarisch zum Beispiel, da wäre es möglich. Da müsst ihr eben drauf achten, gemeinsame Herkunft könnte keine Mischkultur machen. Also vorsichtig, zum Beispiel Georgisch kann ich jetzt auch nicht mehr nehmen, weil es auch eine griechische Herkunft hat. Das heißt, ich kann, wenn ich hier für Griechisch entschieden habe, und dann eine byzantinische Herkunft, das ist ja nicht griechisch wirklich, dann kann ich weder armenisch, noch georgisch, noch alanisch nehmen. Da müsst ihr sehr, sehr gut drauf aufpassen. Wir können aber zum Beispiel hier radanitisch nehmen oder eben Shazarisch, weil die eine andere, wir sehen es hier oben, israelitische Herkunft oder eben eine türkische Herkunft haben, die wir dann auch nutzen können. Am Beispiel Shazarisch können wir das jetzt sehen. Wir klicken hier drauf, Akzeptanz momentan noch 0. Können hier alles umstellen. Wichtig ist, eins müsst ihr immer ändern hierbei. Und dann kriegt ihr, wie gesagt, die gesamte Auswahl, was total lächerlich ist. Plus alle Forschungen, die ihr hättet, sind dann auch eben freigeschaltet. Und dann könnt ihr hier euch ganz gemütlich auswählen von all diesen Attributen, und ihr seht, wie viele das sind. Das kostet euch nicht mehr, wenn ich jetzt sage, ich mache so, kostet trotzdem noch 1.000. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, ich mache hier Pferdefürstel will ich rein, fleißig und das. Habe jetzt 7 ausgewählt, darf aber, ne 7 darf ich genau auswählen. Und das würde nämlich 1.000 nur kosten. Während wir im ersten Tutorial gezeigt haben, dass wenn wir es neu gestalten, es teilweise auch 15.000 Prestige kostet. Ihr kriegt aber eben nur das, was wirklich vorhanden ist. Also zum Beispiel, was die fleißig findet ihr in wenigen Kulturen. Das heißt, wenn ihr Entwicklungen pushen wollt, müsst ihr trotzdem nach dem ersten Tutorial vorgehen. Aber ihr merktet hier im zweiten Tutorial geht es darum, wie kann ich jetzt meine Kultur noch verfeinern, um militärische Stärke zu gewinnen und nachher halt wirklich auch die Gegner zu überwinden. Und dafür braucht ihr halt dieses spezielle Kriegsvorwirkung. Und es gibt natürlich noch tausende weitere. So könnt ihr halt über die ganze Karte gehen und das eben euch anschauen. Und diese ganzen Kulturen haben verschiedene Dinge, die ihr euch eben anschauen könnt und die tatsächlich verschiedenste Vorteile bringen. Dann könnt ihr euch einfach aussuchen, was ihr wollt. Zum Beispiel, ihr habt mir fleißig und Wächter des Waldes und sagen könnt ihr, oh cool, ich will mal waldmäßig spielen. Ich nehme Wächter des Waldes und fleißig. Hol mir also diese baltische Kultur, die letgallische Kultur und gönnen mir dann eben diese beiden Traditionen, um eben massiven Vorteil zu holen. Ich zeige euch das dann noch an einem weiteren Beispiel. Danach machen wir mal so einfach eine kleine Liste, was meine Empfehlungen sind, wo ihr am ehesten hingehen sollt. Ich meine, ihr habt schon ein bisschen rausgehören, was ich einfach mal so die Top-In-Meinen-Augen-Kulturen angebe, wo man tatsächlich hingehen kann und werde das für verschiedene Regionen dann auch nochmal darstellen. Ich zeige euch einmal das Beispiel, was ich aktuell mache. Da bin ich von Spanien aus rübergesprungen nach Sardinien, weil hier eben eine Mine ist, ist das sehr gut. Bin dann nach Bulgarien gezogen und habe mir dieses Gebiet hier eingenommen, um die diplomatische Reichweite so weit zu erhöhen, dass ich nach hier kommen kann. Habe mir dieses Gebiet eingenommen und bin dann hier rübergesprungen. Warum? Erstens wegen dem Gebiet und zweitens, also wir haben hier Feuchtgebiet, was ich spielen wollte und zweitens, weil hier vorher die persische Kultur war. Und die persische Kultur als Beispiel hatte das, was ich wollte, nämlich Gartenbauern. Kultur war es ganz cool, weil ihr mehr Ritter habt und vor allem wollte ich für eine Herausforderung, also für ein Achievement, eine iranische Herkunftskultur haben und die brauchte ich halt. Persisch ist auch schon 800, schlag mich tot, sehr hoch entwickelt. Während ihr jetzt zum Beispiel mal Sardinisch vergleicht, was ich ja eben schon ein bisschen gedisst habe. Sardinisch hat ganze zwei Fähigkeiten. Mischkultur also absolut verboten. Persisch sechs Fähigkeiten. Das heißt, ihr kriegt sechs Fähigkeiten, die ihr nutzen könnt, was extrem stark ist. Während ihr zum Beispiel mit Sardinisch anfangt, nur zwei habt. Oder ähnlich, wir hatten es ja unten bei Bosonisch mit dreien anfangen, auch wenn ein Feuchtigkeitsbewohner natürlich sehr stark ist, habt ihr nur drei Fähigkeiten, die eben bei diesen anderen Kulturen auch wesentlich mehr sind. Auch das ist noch ein Punkt, den man erwähnen muss. Ihr könnt auch über einen Command zum Beispiel jetzt sagen, ich konvertiere zu lokalen Kultur, das wäre jetzt hier Persisch gewesen, und macht dann später daraus eine eigene Kultur, wie ich es getan habe, nämlich Schirwanisch. Und habe mir tatsächlich eben schon einiges hier verbessert, um eben mein Schirwanisch, so wie im ersten Tutorial gezeigt, nur hier zu verbreiten und möglichst schnell zu forschen. Man muss einfach verstehen, dass das Spiel nicht so ist, dass ihr einfach in eurer lokalen Gegend bleiben müsst und euch von da aus dann alles auffressen müsst. Sondern auch, wie ich im ersten Schluss habe, macht das eher nichts, sondern plant, fangen wir einfach mal zentraleuropäisch. Das heißt, nicht Spanien, weil Spanien nochmal Besonderheiten hat, eben durch dieses Intermezzo. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel herausführen, das heißt, wir machen mal einfach mal verschiedene Beispiele. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Irisch. Die erste Besonderfähigkeit, die ihr haben könnt, jetzt zum Beispiel mit so einem zentraleuropäischen, sind natürlich alle nordischen Dinge. Das heißt, nordisch in irgendeiner Form, samisch nachher dann eben auch, nicht samisch, sondern nordisch, dann schwedisch, norwegisch und dänisch, die sich hier abspalten. Das kommt ihr dann langfristig auch. Und genauso findet ihr das im Angelsächsisch. Ihr seht hier aber Küstenkriege. Da haben wir eben diese Verega-Veteranen wieder dabei und all die Sachen, die wir eben schon besprochen haben. Die Verega-Garde ist halt recht teuer, aber ihr seht, gegen schwere Reitereien konnte, gegen Sperrträgen konnte, auf Ackerland und Ebene gut und im Hügel auch, was extrem stark ist. Kein Malus von irgendwelchen Gebieten. Dadurch ist das Kriegsvolk Verega-Veteranen halt extrem stark. Nachher kommt ihr schwedisch und so weiter. Dann ist das natürlich auch nochmal möglich, dass ihr über andere Sachen hier diese Verega-Veteranen bekommt. Warum ist das auf jeden Fall in die Top-Listen? Machen wir es einfach die Zugängigkeit. Zugängigkeit ist natürlich wichtig. Ich habe euch zwar erklärt, dass das Hopping eben essentiell ist für so eine Skulptur in vielen Fällen. Aber da hier im irischen Bereich oder auch im französischen Bereich, also überall hier im Zentraleuropa, sehr schnell an eben nordisch oder schwedisch oder norwegisch und so weiter oder angelsächsisch herankommt, könnt ihr tatsächlich relativ gut so ein Gebiet abgreifen. Zu den Top-Listen jetzt von irischer Perspektive oder französischer oder zentraleuropäischer Perspektive, ja da gehen wir eigentlich schon wieder Richtung Griechenland und Georgisch. Und dabei haben wir halt die beiden, die ich eben schon gezeigt habe, beiden Kriegsvölker. Das oströmische Röhrerbe hat eben den riesigen Vorteil, dass es noch einen Unterhalt verringert. Aber ihr habt natürlich auch ein Viertel weniger Aufgebot. Aufgebot ist absoluter Schmutz, deswegen ist es nicht so wichtig und ihr kriegt mehr schwere Infanterie und mehr schwere Reiterei. Im Prinzip kann man jetzt mal Pi mal Daumen sagen, dass sich durch diese Unterhaltskosten, die reduziert werden, diese Angebots- oder Aufgebotsmalus wieder aufhebt. Und die Katafrakten sind halt ein sehr starkes Kriegsvolk, was ihr definitiv mitnehmen könnt, wenn ihr wirklich auch große Armeen, auch größere Armeen als eure eigenen komplett zerfetzen wollt. Der Nachteil ist halt, ihr habt vier verschiedene Gelände, bei denen die schlecht sind, plus eben die Wintereffekte, wobei das ja bei vielen auftaucht, aber zum Beispiel nicht bei den Vereger-Veteranen, die wir eben genannt haben, die dadurch natürlich nochmal stärker werden. Die Monaspa von Georgisch sind aber eben dadurch noch etwas besser. Erstmal, natürlich, wenn ihr Berge habt, kriegt ihr auch noch mehr Aufgebote und so weiter. Nett. Ihr kriegt auch keinen Aufgebotsmalus, kriegt aber auch keinen Unterhaltsbonus und auch keinen Regimente-Bonus. Aber vor allen Dingen kriegt ihr die Monaspa. Und ihr seht halt, wir haben hier nur zwei schlechte Gebiete und wir haben sogar Hügel und Berge, die besser sind. Das heißt, wir haben tatsächlich weniger Mali und gute Boni. Dadurch sind hier mehr Allround, sag ich mal, wobei die Stats halt relativ ähnlich sind, können deswegen eigentlich immer auf Platz 1 gesetzt werden von dem schweren Reiterei, die ihr bekommen könnt. Wenn ihr das halt zusammen mit den Verreger-Veteranen habt oder eben auch griechisch mit den Verreger-Veteranen habt, die ja auch durch diese Regimenta-Buff hier unten gewafft werden, habt ihr zwei Mischkulturen, die euch das komplette Spiel tragen können. Und das dritte ist natürlich, also wie ich es eben schon angedeutet habe, bei Europa ist das nicht sehr spannend. Die Pferdefürsten sind das dritte. Die Pferdefürsten haben den riesigen Vorteil, dass sie 40 Verfolgungen haben. Und wenn ihr Armeen wirklich zerstören wollt, ist Verfolgung halt euer Ding. Und die seht ihr gegen schweres Fußvolk, und jeder hat eigentlich schweres Fußvolk, sind die auch noch sehr gut und haben eine gigantische Verfolgung. Damit zerstört ihr eigentlich alles. Sind natürlich schlecht in Bergen, Feuchtgebieten und Dschungeln gut, aber dafür eben in verschiedenen auch gut. Und haben sonst kein Wintermalus oder sonst irgendetwas. Das heißt, extrem stark. Die Reiterschützen sind eigentlich noch besser sogar als Bonaspa und so weiter. Sind eigentlich Top 1, weil sie sind auch günstiger. Wenn wir jetzt gucken, wir haben 0,9 Prestige gerade gehabt. Wenn ihr voll da seid, kostet es natürlich Gold. Und die haben 1,8 pro Monat. Das heißt natürlich, die sind auch deutlich günstiger, natürlich auch deutlich schwächer, aber eben haben einen viel, viel krasseren Contereffekt. Und wir wollen mal gar nicht über die ganzen anderen Effekte reden, die ihr durch Pferdefürsten dazubekommt. Und dadurch sind sie natürlich massiv stark. Gehen wir mal ins afrikanische Gebiet. Ich kann natürlich immer sagen, geht immer nach Monaspa, geht immer Georgisch holen, geht immer Griechisch holen. Ja, es ist halt mit das Beste, weil eben auch Kreta immer so saftig unabhängig ist. Ist es natürlich auch sehr einfach, sich Griechisch zu gönnen. Also im Notfall könnt ihr immer dahin gehen. Allerdings gibt es in Afrika auch noch ein paar, oder zumindest eine, die ich auf jeden Fall noch erwähnen will. Und das wäre Nubisch. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier in Äthiopisch anfangt oder sonst was, wäre Nubisch eins der besten, das ihr bekommen könnt, weil ihr die Nibugenschützen bekommt, die zusätzlich noch die Auenbuffen, Verteidigervorteil geben, bessere Fähigkeiten im Jagdrevier geben, also eurem Bogenschützen noch buffen. Und die Nibugenschützen haben Verfolgung, haben hohe Stärke, haben nur einen Malus. Konnten zwar nur Plänkler, aber sind extrem stark. Und ihr seht es 0,4 pro Monat als Prestige, beziehungsweise Gold. Also auch noch extrem günstig. Und gleichzeitig in Nubisch, wenn ihr damit korreliert, kriegt ihr Xenophil, was eure Akzeptanz nochmal erhöht, wodurch ihr schneller wieder Mischkulturen bilden könnt, was auch sehr cool ist, wenn man sonst nichts anderes hat. Und landwirtschaftlich, wodurch ihr Ackerland und Auen noch buffen könnt, was ich euch ja schon im ersten Tutorial gezeigt habe. Deswegen ist es eine der absolut stärksten Kulturen, die ihr haben könnt, gerade wenn ihr hier zentralafrikanisch anfangen. Wir haben natürlich überall hier Sonderfähigkeiten, die müsst ihr euch einfach mal selber anschauen, wie zum Beispiel hier die amharischen Hochländer. Es gibt hier unten Buschjäger, es gibt Wüstenribats. Wenn ihr zwischen Challenge spielt, wo ihr eine Wüste habt, müsst ihr natürlich hier euch umgucken. Zum Beispiel Baranisch, müsst ihr euch hier Butrisch mal anschauen, mit Wüstenribats, Sahara-Nomaden. Das heißt, Afrika bietet da sehr viel. Aber so krasse Powerhouse eben wie griechisch, georgisch oder die Nordmänner oder eben die Reiterfürsten finden wir eigentlich nicht. Spannender wird es eher wieder, wenn wir hier Richtung Persien gehen, weil Persien eben durch einen neuen DLC was bekommen hat und wenn wir Richtung Asien gehen. Denn da kommen ein paar Sachen, wo wir uns ein bisschen was von diesen ganzen Gedöns hier ablenken können und nicht immer nur wieder Reiterfürsten und so weiter nehmen. Denn Persien hat einige neue coole Sachen bekommen, nämlich durch Soktisch kriegt ihr Grenzkrieger. Das heißt, spielt ihr hier Persisch, was ja eh schon eine super krasse Kultur ist oder irgendwas anderes, würdet ihr auf jeden Fall Persisch euch einverleiben, weil eben Gartenbauer dabei ist. Und ihr würdet, wenn ihr da militärisch reingeht, euch auf Soktisch beziehen. Soktisch hat Grenzkrieger, dadurch könnt ihr Tarkanne erwerben. Schwere Kavallerie ist ein absolutes Muss, sind natürlich auch Schweine teuer. Deswegen immer vor, ich nicht zu früh holen. Und ihr seht halt im Wüsten, in Trockengebieten und Oasen sehr gut, wohl Winter minus Berge und Feuchtgebiete. Also ähnlich wie Monaspa, wobei die Monaspa nicht mal den Wintermalus haben. Und ihr kriegt zusätzlich noch ein paar andere Boni, die sind nicht super stark, aber ein bisschen mehr Bewegung kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja und dann natürlich wieder entweder Reiterschützen oder die Monaspa, wobei ich da eher auf die Tarkanne gehen würde und ein bisschen Abwechslung schaffen, gerade nicht so afghanisch startet oder sowas, sollte ihr halt eher in diesen speziellen Fall gehen und auf Soktisch gehen. Die Tarkanne kann man auch durch Dailamitisch bekommen, allerdings fürchte ich. Dailamitisch hat diesen pragmatischen Kodex, die kosten euch 15% mehr Unterhalt, von daher könnt ihr das eigentlich vergessen. Könnt ihr euch einfach nicht leisten, würde ich deswegen auf keinen Fall empfehlen. Ich würde euch auf jeden Fall mal challengen, hier unten mal zunistisch zu gründen und mit diesem Gebiet hier unten, ich zeige es euch einmal, das ist natürlich sehr cool hier, zunistisch gründen und diesen großen Tempel von Sunni bauen und das eben mit diesen Kombinationen, die ich gerade gesagt habe, nochmal verbinden. Ihr könnt natürlich auch mit diesen persischen Bereichen Richtung Indien gehen, um eben die leckeren Kriegselefanten zu haben. Das ist klar, dass wir jeder haben. Sind natürlich super stark. Alle lieben Kriegselefanten, ihr seht ja den Wert, die kosten natürlich auch noch mehr als die Monaspa und so weiter. Haben auch keine Verfolgung, müsst ihr aufpassen. Sind aber eben natürlich vor allem nur im Dschungel sehr gut und der Rest eben nicht. Aber ihr könnt eigentlich mit so einer Elefantenreiterei natürlich nichts falsch machen. Ihr könnt sie aber auch nur im Dschungel buffen. Ihr könnt keine Elefanten in irgendeinem anderen Gebiet buffen. Das heißt, ihr müsst dann noch zusätzlich euch darauf spezialisieren, dieses Gebiet zu halten und auch den Dschungel bereit zu halten. Und deswegen würde ich das nur eingeschränkt empfehlen. Das könnt ihr auch aus Europa machen. Wenn ihr Elefanten nach Europa holen wollt, ey, go for it. Wenn ihr dazu mal ein Tutorial haben wollt mit dem Militärischen, was wir da noch alles steigern wollen, auch immer da reinhauen. Wir sind ja jetzt schon Richtung Militär. Jetzt geht es aber ja hauptsächlich noch immer um Kulturen. Aber wenn ihr das mal genauer haben wollt, warum ich sage, ihr müsst da einen Dschungel haben, könnt ihr das einfach in die Kommentare reinschmeißen. Das könnt ihr natürlich auch eben holen. Alle im indischen Kulturgrundlagen haben das tatsächlich zur Verfügung. Immer sobald ihr irgendwo indische, induarische Abstammung habt, könnt ihr eben die Elefanten bauen. Das heißt, auch dieses Dravidische und so weiter. Also alles, vor allem im neuerlichen Bereich, was eben unter dem Berggelände ist. Also nicht Tibet, hier oben das zählt schon nicht mehr. Sondern alles, was hier drunter ist, könnt ihr tatsächlich nehmen, um eben die Kriegsvölker mit Elefanten zu bauen. Und ihr seht, könnt dann noch durch die Burmesische Kultur mit der königlichen Armee eure Elefanten auch noch mit Waffen. Wobei, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch nur hier oben bewegen wollt, hat das eigentlich nicht so viel Sinn. Aber ja, Elefanten, wie gesagt, sind immer sehr stark. Von daher kann man sie natürlich mitnehmen. Da kann man sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel als Tibetaner zum Beispiel hier jetzt und gehe erstmal hierhin und mische mich mit irgendeiner Kultur. Dann würde ich aber auf jeden Fall Burmesisch empfehlen, eben wegen der königlichen Armee schon. Mische mich damit, damit ich eben die Elefanten bauen kann. Nehme auch die Herkunft an, das ist ganz wichtig. Und nehme mir königliche Armee rein, um eben meine Elefanten zu bauen. Und dann braucht ihr eigentlich nichts mehr. Wenn ihr natürlich noch immer Bock habt, noch mehr zu holen, gibt es natürlich wieder die Reiterfürsten oben. Das wäre auch eine Option. Die Elefanten sind aber noch auf jeden Fall Top 1. Das Beste, was man kriegen kann. Und dann gibt es hier natürlich nochmal Elefantenfürsten. Ihr seht es hier unten bei der orianischen Kultur. Das heißt, ihr könnt komplett lächerlich stark werden. Ihr seht halt hier, die Elefanten zucht in Reifern gewonnen haben zusätzliche Effekte in den Grafschaften. Das heißt, bei orianisch bekommt ihr das auch nochmal hinzu. Wenn ihr orianisch plus Burmesisch mischt mit der königlichen Armee, wo ihr ja eben diese Palastwoche zusätzlich noch bekommt, was auch noch ein schweres Fußvolk ist, was ihr aber eigentlich gar nicht mehr braucht mit den Elefanten. Dann könnt ihr eben zusätzlich die Elefantenfürsten nehmen und habt halt einfach ein absolutes perverses Power. Sogar noch stärker als Monaspa. Und das könntest du wie gesagt auch aus Europa machen. Aber es ist natürlich gerade im indischen, tibetanischen oder im persischen Bereich recht gut da ranzukommen. Da müsst ihr nicht zu viel Hopping betreiben. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, ich gehe von Irland hier runter und nehme mir jedes Mal eins mit, was gerade schwach ist. Zum Beispiel hier diese Insel ist ja der Klassiker schlechthin. Und springen dann hier vielleicht über Sri Lanka Richtung indisch, burmesisch und orianisch. Ihr habt jetzt sehr viel Auswahl in Indien. Was noch ganz gut ist, sind zum Beispiel diese Kandaiat. Okay, sind auch wieder schweres Fußvolk. Es gibt auch noch die Pikes. Die sind auch noch ganz gut. Diese Pikes kriegt ihr halt auch in der indischen Kultur als Konter gegen Elefantenreiterei. Also falls ihr da Probleme habt, selbst wenn ihr jetzt irgendwie im tibetanischen Bereich kämpft, und merkt, oh shit, da kommen immer wieder Elefanten hoch. Dann könnt ihr eben diese Art von Elefanten kontern mit diesen Pikes. Aber die Pikes sind jetzt nichts, wofür ich jetzt indische Kultur unbedingt annehmen würde. Von daher müsst ihr da einfach selber überlegen. Wollt ihr die haben, braucht ihr die unbedingt, um die Elefanten zu kontern? Das heißt, das ist mit Abstand das stärkste Volk. Steckt halt wirklich einfach in diesen Abstammungen indiarisch drin. Da bekommt ihr Elefantenreiter. Und trotzdem habt ihr die Möglichkeit, auch immer euch die Reiterfürsten oder die Tarkane sogar noch zu holen. Dass ihr eben diese Elefanten und Pikes bekommt, könnt ihr hier unten sehen. Dann könnt ihr nämlich immer in den verschiedenen Epochen die kulturellen und regionalen Effekte sehen. Da gehen jetzt noch ganz viele andere. Seht ihr Caballeros, Sahelreiter. Die hat man zum Beispiel auch beim afrikanischen Playthrough auf Twitch gemacht. Einfach mal, ja, Bambusbögen. Also dieses Play kriegen sie geschenkt. Sie kriegen die Kriegselefanten geschenkt. Also auch die Elefantensteilungen. Und ihr kriegt auch noch Wutzstahl. Was zusätzlich auch noch krass ist, weil ihr auch die Schachtöfen bauen könnt. Und das kriegt ihr halt auch nur in Dekan Indien. Also Indien an sich. Und bei Kriegselefanten müsst ihr sogar Indien oder Südostasien noch haben. Da seid ihr sogar noch weiter drin. Hier steht ja immer 50% aller Gemeinden der Kultur. Und wenn ich jetzt zum Beispiel neue Kultur ja gründe, aus der Mischkultur, dann bin ich ja immer mit 100% da vorhanden. Und dadurch kriege ich auf jeden Fall meine Kriegselefanten Wutzstahl und die Bambusbögen. Das geben wir auch nicht alles durch. Und da selber schauen, welche regionalen Effekte es da noch gibt. Die werden eben auch noch wichtig. Die kann man sich eben auch ausnutzen und tatsächlich für sich gewinnen. Sind aber tatsächlich nicht so krass, wie jetzt diese Fähigkeiten, die ich euch gerade gezeigt habe. Ehrenwerte Erwähnung sind halt die nordischen, wenn ihr sagt, also die russischen, uralischen, muss man eher sagen, Gebiete. Wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt einen Challenge haben, möchte hier den letzten Hinterbereich spielen, habe ich auch schon gemacht. Wäre auch Spaß natürlich. Dann sind diese Kulturen natürlich recht schwach. Wenn ihr da vorgehen wollt, wären natürlich wieder die Reiterfürsten und Pferdefürsten da. Und die untrievigen Jäger sind auch sehr gut, weil ihr Jäger eben schneller oder Jagden schneller durchführen könnt, wodurch ihr eure Kultur auch weiterhin besser fördern könnt. Also chemikisch zum Beispiel. Und dann könnt ihr so etwas wie formbare Eindringlinge holen, was auch sehr cool ist. Formbare Eindringlinge habe ich noch gar nicht erwähnt. Diese formbare Eindringlinge sind nämlich, da ist es deswegen so stark, weil Mischkulturen noch weniger Prestige kosten. Und ihr könnt auch schneller zur Kultur hingehen. Und ihr braucht 50% weniger Kulturexpetenz, also nur 20%. Auch sehr stark. Das haben, glaube ich, auch die Nordischen. Deswegen ist Nordisch halt auch so stark, weil ihr diese Mischkultur schneller erschaffen könnt. Wir sind ja jetzt vor allem auf das Militärische ausgegangen für langfristige Spiel. Aber so wirtschaftlich, sage ich jetzt einmal, kann man auch formbare Eindringlinge mitnehmen, was sehr stark ist. Wenn ihr sonst hier natürlich vorgehen wollt, Bashkirisch, ganz gut. Wegen Pferdefürsten, formbaren Eindringlinge und den Waldbewohnern, weil ihr werdet hauptsächlich im Wald sein. Brauchtet ihr dann auch Wächter des Waldes? Dafür würde ich euch Bjarmanländisch empfehlen. Wächter des Waldes ist sehr gut. Riecht außerdem Xenophil noch dazu, wo ihr Kulturakzeptanz auch schneller bekommen könnt. Xenophil gibt es hier tatsächlich relativ viel. Es gibt auch noch die kulturelle Vermischung, was ein ähnliches Prinzip ist. Ihr seht wieder 75% weniger. Kosten und mehr Kulturzuwachs. Sie könnt ihr natürlich auch stacken, wenn ihr wollt. Wobei ich das nicht empfehlen würde. Eins davon von Bashkirisch, Bashkirisch zum Beispiel, reicht eigentlich schon. Und dann Bjarmanländisch könnt ihr euch einfach hier noch Rechte des Waldes holen oder Litauisch oder eben Bet-Gallisch. Estnisch tatsächlich nicht. Die haben Küstenkrieger wiederum, also Varega, Veteranen. Wenn ihr also ein Waldspiel spielen würdet, wären das so eure Go-To-Dinger. Da könnt ihr auch vom Norden her, wenn ihr jetzt sagt, ich will jetzt hier meinen russischen Bereich um Russland gründen oder sonst irgendwas, könnt ihr eben damit auf jeden Fall dieses Gebiet, was ja sehr viel, wir können es ja mal schauen, Wald und Tundra eben ist, dann sehr gut, oder Taiga, sehr gut halt Formen für euch gewinnen und dadurch eben auch massiv voranbringen. Da würde ich euch schon empfehlen, wenn es sein muss, dass er da unten spricht für so eine schwere Reiterei. Ist aber deutlich mehr Arbeit hier, weil diese großen Landlocked-Nationen, also die im Land gebundenen, sind teilweise was schwerer zu erobern, aber natürlich könnt ihr auch hier Hopping betreiben, aber wenn ihr wirklich Nischenhaft spezialisiert hier spielen wollt, würde ich euch eher empfehlen, dass er eben Richtung Bjarmaländisch geht. Ihr bekommt natürlich auch ein Kriegsvolk dazu und das wären diese, ich spreche es gar nicht aus, diese Bogenschützen hier, die sind halt im Wald und in der Taiga halt super, haben auch einen Wintereffekt positiv, haben sehr gute Werte, sind sehr günstig und damit könnt ihr eigentlich schon alles auch wirklich platt machen. Aber an sich, was ist die Lektion, warum ich das eigentlich nochmal sage? Ich will euch nur zeigen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, hier diese Kulturen zu machen. Es ist ganz wichtig und das will ich auch mit diesem Tutorial erreichen, dass ihr versteht, dass ihr halt diese Chance nutzt. Mischkulturen sind ja erstmal auch historisch gesehen massiv entscheidend darüber, dass halt gewisse Fraktionen oder gewisse Stämme vom Osteuropa bis Nordafrika gewandert sind. Kulturelle Vermischungen gab es halt schon immer und diese Mischkulturen sollte man auch auf jeden Fall, weil sie hier so cool integriert sind, definitiv nutzen. Ich finde, dadurch wird das Spiel halt sehr spannend. Schaut euch einfach mal um, was gefällt euch hier. Wir haben ja noch gar nicht hier oben die Sachen zum Beispiel gemacht. Ich finde auch hier hätte eigentlich nochmal ein DLC gemusst, dass es nochmal ein bisschen einzigartiger wird, aber vielleicht kommt da ja nochmal was zu. Weiß ich nicht genau. Ihr könnt euch hier auch mal umstellen, was sind die Himalaya-Zittler zum Beispiel. Da gibt es auch wieder ein spezielles Kriegsvolk. Ihr könnt euch angucken, was haben die sind dieses Familiengeschäft. Was gefällt euch an diesen Sachen? Ihr könnt euch alles Mögliche anschauen und einfach mal sehen, was sind hier für Möglichkeiten da. Mischt auf jeden Fall diese Kulturen, spezialisiert euch dann mit dem ersten Tutorial, welches ich gezeigt habe, auf das Gebiet. Nehmt die Mischkulturen wahr, um vielleicht das Gebiet noch mehr zu pushen oder eure Kriegsvölker anzuwerben, die eben die militärische Stärke nachher ausüben, sodass ihr wirklich perfekt eben angepasst seid und damit wirklich auch mit kleinen Gebieten, ich kann es, ich habe es ja in Afrika eben gezeigt, ein massiv starkes Gebiet haben könnt, auch wenn ihr nicht immer nur Auen und Ackerland spielt, wie ich es im ersten Tutorial gesagt habe, sondern eben auch sowas wie Wald hier. Es gibt für alles irgendwo sein Deckelchen, also man kann alles irgendwo spielen, man hat irgendwo die Möglichkeit, massive Buffs herzuholen, die euch eben einen riesigen Vorteil bringen. Jo, wenn es euch gefallen hat, sagt einfach, was ihr noch haben wollt. Ich würde noch Krieg auf jeden Fall in irgendeiner Form nochmal thematisieren wollen, das definitiv, käme dann eben danach die Woche und ansonsten könnt ihr mir sagen, was Erbfolge war, glaube ich, auch noch interessant und sonst lasst gerne Kommentare, liked da, ihr wisst, der Algorithmus liebt das ja. Kommt bei Twitch vorbei, folgt mir da, das würde mich auch sehr freuen, je mehr wir da zugucken, desto mehr Spaß haben wir alle und da könnt ihr mich auch immer ausquetschen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Mitglied des Kanals werden, da war natürlich kein Druck dabei und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.